Na das lief mal scheiße. Halt, Schmerzen sind weg. Was kommt jetzt? Jetzt habe ich das Corona-Virus. Nein, das ist kein Scherz. Ich habe es jetzt. Und jetzt bin ich eine Woche krankgeschrieben. Schon wieder. So, wie ist das mit... Ich habe gerade mal einen Arzt angerufen. Seit dieser Woche ist das das... Dieser, ähm... Ist irgendwie leicht peinlich, wenn man mitbekommt, dass man das Virus hat und die anderen bekommst mit und starrt einen an. Aber es könnte schlimmer sein. Stellt euch vor, ich würde mit 17 Vater werden und alle wissen davon. Das wäre... Wow, das wäre mal ein richtiger WTF-Moment. Aber keine Angst. Genau wie letzte Woche will ich auch diese Woche schnell rumkriegen. Unter anderem habe ich hier... War ich so schlau? Kurz bevor ich die Arbeit verlassen habe, habe ich hier noch was gezeichnet. Ja, und... Guckt mal. Die zweite DVD-Kammer. Seht ihr? Die werde ich, glaube ich, morgen über morgen schauen und auch dazu eine Review dieser Woche machen. Außer eine Sache darf ich nicht vergessen. Ich habe immer noch die Gummihaie. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich glaube, die Gummihaie werden sogar noch zwei Monate halten. Wie auch immer. Ja. Ich bin jetzt erst mal eine Woche zu Hause und ich werde versuchen, so schnell das herumzukriegen wie möglich. Nein, ernsthaft. Frühestens Anfang März sind die weg. Drei Woche. Drei Woche.